Es ist da. Das größte Ereignis in der Paw Patrol Geschichte. Die Superhunde auf die Pfoten sind bereit, Ryder. Noch nie war die Paw Patrol so stark, so schnell, so portastisch. Sie retteten die Abenteuerbucht. Jetzt. Müssen sie die Welt retten. Und das erwartet euch. Was? Was ist passiert? Hör hier in mir nicht. Kannst du etwas von dem Sand wegschaufeln, Rob? Hoppla. Warum kann ich plötzlich so schnell laufen? Entschuldigung. Wahnsinn, das ist richtiges Einzelnen, dass ich mit meinen Pfoten schmelzen kann. Hilf mir mal, ihn anzuschieben. Oh, was? Du? 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 Was? Wieso? Ich kann mich ohne Flügel fliegen? Ich kann mich wrench so schnell laufen. Okay. Hoppla. Kommt einfach hier rein. Bis zum nächsten Mal.